Was geht ab Leute, ich bin es mal wieder, euer Grand Warlord hier und willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Die Maschine. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine kostenlose Wunderwaffe bekommen könnt. Voraussetzung ist, dass ihr wisst, wie man den Strom aktiviert und Packet Punch. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, werde ich jetzt mal ein Video in die Infokarte packen, dort habe ich alles erklärt, ist aber relativ einfach und größtenteils selbsterklärend. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Tutorial. Wenn ihr die Wunderwaffe kostenlos bekommen möchtet, dann müsst ihr zunächst warten, bis ein Megatron-Zombie spawnt. Und wenn ihr diesen vor euch habt, dann müsst ihr ihn eigentlich einfach töten. Wenn ihr ihn das erste Mal getötet habt, dann wird er sich aufspalten in zwei einzelne Megatron-Zombies. Und die müsst ihr auch einfach töten. Einer der beiden wird dann eine goldene Karte fallen lassen. Diese müsst ihr aufnehmen und zum Waffenlabor bringen. Dort könnt ihr sie in eine Maschine stecken und bekommt dann eine weitere Chipkarte. Wo genau, seht ihr jetzt im Video. Jetzt müsst ihr zu einem Raum neben dem Anfangsraum gehen und dort könnt ihr jetzt eben diese TOT-Maschine aktivieren. Die agiert ähnlich wie in der Falle. Sprich, ihr müsst jetzt einfach Zombies sammeln oder mit Zombies durchlaufen und die werden dann hinter diese Tür mit so einem Luftstrom gesogen. Wie das genau aussieht, seht ihr jetzt auch im Video. Und wenn ihr genug Zombies getötet habt, ertönt ein Signal und ihr seid im Prinzip fertig. Wichtig ist, ihr müsst es nicht auf einmal machen. Also wenn ihr zum Beispiel in der ersten Runde nur fünf Zombies in diese Falle locken könnt, dann ist es auch nicht schlimm. Wenn sie ausgeht, müsst ihr einfach 20 bis 30 Sekunden warten und dann geht sie wieder an. Beziehungsweise, dann könnt ihr sie wieder anschalten und weitermachen. Wenn ihr dann genug Zombies gekillt habt, dann kommt so eine Durchsage wie, ja Speicherkapazität ist erreicht. Und jetzt wisst ihr, ihr habt genug Zombies mit dieser Falle getötet. Jetzt müsst ihr einfach nochmal die Aktionstaste an dieser Maschine drücken. Daraufhin wird die Tür aufgesprengt und ihr könnt euch eure kostenlose Wunderwaffe abholen. Das war es von meiner Seite zu diesem Tutorial. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns wieder zum E-Stick Tutorial oder zu einem anderen Guide auf dieser Karte. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit der Maschine. Haut euch rein, euer Grand Warlord.